Energie in unserem Körper entsteht durch Luft. Ohne sie sind wir tot. Entsprechend wichtig ist es dass die Lunge perfekt arbeitet und welche Lebensmittel dafür notwendig sind und eine kleine Checkliste ob Du einen Mangel hast, das gibt es heute. Guten Morgen Ihr Lebensoptimierer. Die Lunge ist das entscheidende Organ was den Sauerstoff in unserem Körper transportiert. Einfach ausgedrückt, es bläst den Sauerstoff mittels der roten Blutkörperchen in die Zellen wo wir überall Sauerstoff benötigen. Von der Luft wird das in der Lunge transportiert in den Körper. Wenn dieser Blasebalg Lunge allerdings verschleimt oder entzündet ist, dann mangelt es an Leistungsfähigkeit und wenn da alles zu ist, dann sterben wir sogar. Neben kaum beeinflussbaren Faktoren wie Luftverschmutzung und Pollenflug kann die Ernährung helfen die Lungen freizubekommen und freizuhalten. Deswegen gibt es dieses Video. Viele Menschen haben bereits Asthma, wissen aber gar nicht dass sie Asthma haben, weil sie denken Asthma ist nur das an dem die Menschen leiden die immer so ein Asthma Spray dabei haben. Aber das ist einfach nur das allergische Asthma. Es gibt auch das normale Asthma. Und das ist einfach oft mit Atemnot, Kurzatmigkeit und auch Reizhusten verbunden. Und genau diese Sachen können darauf hindeuten dass man eventuell ein nicht allergisches Asthma hat. Entsprechend dieser Unsicherheit gehen Schätzungen über die Verbreitung von Asthma von 10-50% der Menschen aus. Also es ist recht wahrscheinlich dass Du Asthma hast in irgendeinem Stadium. Und das ist gerade in Deutschland völlig normal. In den 70er bis 90er Jahren stiegen die dokumentierten Asthmafälle also nicht die Dunkelzimmer, sondern die dokumentierten Asthmafälle sprunghaft an und blieben es bis heute. Luftverschmutzung auf der einen und eine immer weiter voranschreitende Sterilisierung unserer Welt auf der anderen Seite bringen uns aus unserem ökologischen Gleichgewicht. Bei Asthma, außer bei allergischem Asthma, liegen Entzündungen vor, die von sogenannten Freien Radikalen verursacht werden. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, deswegen gehe ich jetzt ja auch nicht in die Tiefe. Du kannst Dir das Video anschauen. Ich hoffe ich verlinke Dir das. Denke da dran. Einfach gesagt handelt es sich bei Freien Radikalen um aggressive Stoffwechselmoleküle, denen ein Elektron fehlt. Das rauben sie wiederum von einem anderen Molekül, welches dadurch instabil wird. Was Entzündungen begünstigt. Freie Radikale entstehen vor allem durch oxidativen Stress. Rauchen, Feinstaub, generell Umweltbelastung zählen dazu genau wie Schwermetalle. Aber das wissen die wenigsten. Auch geistiger Stress führt zu oxidativen Stress. Geist, Körper. Ihr merkt was. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Einfach direkt in der Kanalsuche bei mir auf dem Kanal mal einfach ein paar Begriffe eingeben und durch die Videos surfen. Da findet sich die ein oder andere Perle. Freie Radikale schädigen den Organismus und führen zu Krankheiten wie Krebs und Alzheimer. Mineralstoffe und Vitamine sind die Gegner der freien Radikale und schützen unseren Körper. Denn sie machen freie Radikale unschädlich. Unser Körper bekommt diese aus Obst und Gemüse. Am besten aus frisch geernteter Ware. Dort ist der Gehalt an Nährstoffen am höchsten. Auch Tiefkühlkost eignet sich, da durch die Schopfrostung die Licht-, Luft- und Wärmeempfindlichkeit der Vitamine fast nicht angetastet wird. Dazu bitte unbedingt mein Video sehen, wo ich Dir genau zeige worauf Du beim Einfrieren und Kaufen von gefrorener Ware achten musst. Vitamin C ist hierbei besonders wichtig. Es schützt das Innere der Körperzellen und regeneriert darüber hinaus verbrauchtes Vitamin E. Vitamin C ist aber sehr empfindlich, bleibt aber in Tiefkühlkost gut erhalten. Deshalb täglich in Deinen Smoothie, ein paar gefrorene Himbeeren mit rein. Das schmeckt gut und tut gut. Apropos Vitamin E und dessen Rolle gerade bei asthmatischen Krankheiten. Vitamin E verteidigt die Gesundheit der Zelle in der Zellmembran. Die fetthaltige Membran ist in den Lungenzellen ebenfalls ständig den Attacken von freien Radikalen ausgesetzt. Vitamin E stoppt sie, bevor sie das schädliche Potential in der Zellhülle entfalten können. Nüsse und pflanzliche Öle, z.B. Olivenöl oder frisches Leinöl verfügen über viel Vitamin E. Dabei aber darauf achten das kühl und trocken zu lagern. Und übertreib es nicht. Ich weiß genau wie es bei mir war. Ich habe gehört, das und das ist gesund und wenn ich das gerne gegessen habe, dann habe ich meine Absolution erhalten und dieses entsprechende Lebensmittel dann zack tonnenweise reingezogen und mich gewundert warum es meiner Gesundheit geschadet hat. Gerade Öle sind echte Vitamin E Bomben, aber trotzdem würde ich empfehlen maximal 1-2 Esslöffel täglich zu sich zu nehmen. Die Problematik bei isolierten und extrahierten Lebensmitteln hatte ich auch schon in anderen Videos zu Genüge erläutert. Zink und Selen sind sehr kompetente und häufig unterschätzte Krieger gegen freie Radikale und an dieser Stelle explizit zu erwähnen. Es sind 2 wichtige Stoffe für unser Immunsystem. Selen unterstützt Vitamin C beim Schutz der Zelle. Paranüsse, Haferflocken und auch andere Nüsse solltest Du dabei auf dem Zettel haben wenn es um Selen geht. Lass echt mal Dein Zink oder Selen im Blut testen. Das kostet jeweils 3-5€ und es ist echt krass wie häufig wir da einen Mangel haben. In unserer Nahrung stecken unzählige Bestandteile von denen wir die mannigfaltige Wirkung noch gar nicht ausreichend kennen. Und bei Zink und Selen habe ich so das Gefühl geht es in die Richtung. Viele tausend sekundäre Pflanzenstoffe die sich gegenseitig in ihrer Wirkung potenzieren, ebenso hat man auch alles nicht so richtig auf dem Zettel. Daher ist insbesondere folgende Regel sehr wichtig. Möglichst unverarbeitet Essen. Das heißt nicht gewaschen, nicht geputzt, nicht erhitzt, nicht beschnitten und nicht verpackt. Nächster wichtiger Lungen Nährstoff ist Omega 3. Es reduziert die Entzündungsneigung, wo gegen eine Ernährung mit viel Omega 6 diese eher fördert. Omega 3 findest Du in Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und Hanschsamen. Aber es geht weiter. Der Darm spielt auch eine große Rolle bei der Lungengesundheit. Erhält der Darm ausreichend Ballaststoffe, was in Vollkornobst und Gemüse viel enthalten ist, entstehen im Darm durch die Gemeinschaft aller Bakterien kurzkettige Fettsäuren, Acetat und Propionat. Diese regen wiederum im Knochenmark die Blutbildung an, was die Zahl der weißen Blutkörperchen erhöht. Diese Immunpolizei kann Eindringlinge in der Lunge abwehren und somit entzündliche Prozesse reduzieren. Wow die Darmgesundheit hat einen Einfluss auf die Blutwesen. Trinken. Du hast ja hoffentlich mein Video zum Durst vor ein paar Tagen schon gesehen und weißt Bescheid über primäres und sekundäres Trinken, ansonsten zieht ihr das Video unbedingt rein. Wasser hilft der Atmung. Denn sobald wir ausreichend trinken, haben wir unser Blut flüssig genug, damit es auch in die feinsten Blutäderchen, die Kapillaren kommt, um dort Nähr- und Sauerstoff abzusetzen und den Stoffwechselmüll abzutransportieren. Vor diesem Aspekt empfehle ich wirklich nur klares Wasser zu trinken, eventuell mit ein paar Pulverchen und Stevia alles cool, aber keine Säfte und keine gezuckerten Getränke. Dabei kurz mal nebenbei ein Mythos erschlagen. Kaffee entzieht dem Körper kein Wasser und bis zu 5 Tagen Kaffee am Tag ist tatsächlich gesund. Und nein ich trinke KEIN Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, sondern ich kann das völlig unbefangen und ohne eigenes Interesse objektiv aus entsprechenden Studien ableiten. Nicht alles was unsere Zivilisation hervorgebracht hat ist gesundheitsschädlich. Pass da bitte echt auf, gerade wenn Du wie ich im alternativen Gesundheitskreis unterwegs bist. Da sind echt wahre Schätze der Naturheilkunde vergraben. Aber unglaublich viel dogmatischer Unsinn der sowohl ausgehend meiner Erfahrung als auch wissenschaftlich nicht haltbar ist. Aufpassen einfach, das macht es gerade so schwer. Jeder hat verloren der nur auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse beharrt. Aber ebenso der der sich in fixe Glaubenskonstrukte begibt und tatsächliches Verstehen durch den Geist ausblendet. Gerade in der kleinen Welt unseres Körpers haben wir trotz der Komplexität schon viele interessante Einsichten generiert, die wir verstanden haben. Verteufel aber nichts. Verteufel nichts, frag Deine Intuition, probiere was aus, von wem Du was annimmst, was was für Dich sein könnte und agiere individuell. Beachten sollte man auch, dass viele Menschen unter einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden, ohne es zu wissen. Bei einigen wird dadurch die Schleimproduktion in der Lunge erhöht, was den Abtransport von schädlichen Eindringlingen erschwert. Schleim ist wichtig, aber wenn es zu viel ist auch scheiße. Gerade Milch und Milchprodukte stehen da ganz oben auf der Liste. Wenn Du häufig mal hustest oder Dich räuspern musst, dann mach mal einen Test. Oder Du hast die Balls direkt das ganze Zeug wegzulassen, weil Du auch keinen Bock auf Beta-Casamorfin in der Milch hast und im Käse. Einen Suchtstoff, der die Kälber dazu animiert immer wieder zur Mutterzitze zu rennen. Genau wie die meisten Menschen im Supermarkt immer wieder automatisiert zu Milch und Käse greifen. Mehr dazu auch in meinem Milchvideo. Nächster Punkt. Wer Stress hat, der atmet flacher. So werden nicht alle Lungenbereiche ausreichend belüftet bzw. gedehnt. Wer es schafft in stressigen Phasen einmal pro Stunde 5 mal hintereinander tief in Deine Lunge. Wie einfach ist das? Mach das einfach mal direkt. Atme direkt tief mal in Deine Lunge, bevor ich Dir noch eine Checkliste an den Latzknalle, wo Du wenn Du 2 oder mehr Fragen mit Ja beantwortest, Deine Vitamine und Mineralstoffe im Blut durchaus mal checken solltest. Also einfach mal durchatmen. Und das Checken der Mineralstoffe kostet wirklich nicht die Welt. Meist zwischen 3 und 8 Euro und Du brauchst nicht mal einen Arzt. Es reicht einfach wenn Du ein Labor irgendwo in Deiner Nähe hast in einer Großstadt. Okay. Also atmen nicht vergessen Pause mal. Hier die Checkliste. Ich bin oft müde. Kann Eisenmangel hinterstecken oder Unterversorgung mit B Vitaminen. Diese fördern die Wachstumsprozesse und auch die Vitalität. Zweite Sache. Ich leide an Haarausfall. Ein Auslöser kann Nährstoffmangel sein, etwa an Biotin. Das B Vitamin spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Zellteilung und fördert das Haarwachstum. Dritte Frage. Ich bekomme oft Infekte. Vitamin C ist besonders wichtig für die Virenabwehr. Es stimuliert die Bildung von Antikörpern. Wenn Du ständig erkältest bist, fehlt vielleicht Vitamin C. Ganz wichtiges Vitamin. Viertes. Meine Mundwinkel sind rissig. Mögliche Ursache? Nicht ausreichend Vitamine aus dem B-Komplex. Fünftens. Ich fühle mich oft kraftlos. Das könnte auch wieder auf einen Vitamin E Mangel hinweisen. Vitamin E fängt freie Radikale ab und ein Defizit kann eben auch zu Muskelschwäche führen. Und das Sechste ist, ich habe schuppige Haut. Vielleicht fehlt Deinem Körper Vitamin A oder dessen Vorstufe Beta-Carotin. Das Vitamin stärkt das Immunsystem und hält auch die Haut gesund. Das ist alles nicht immer so einfach und kausal. Aber wenn Du 2 Fragen oder mehr mit Ja beantwortet hast, dann lass einfach mal die Nährstoffe im Blut checken. Selbst ich, der so gut wie nie zum Arzt geht, habe das machen lassen. Das lohnt wirklich. Weil oft hauen wir uns Vitamine rein, weil die gerade en vogue sind, aber die brauchen wir vielleicht gar nicht. Und ganz andere Vitamine und Mineralstoffe, die mir wirklich fehlen, die hast man gar nicht auf dem Zettel. Wie eben Zelen. Also heute mal die Lunge im Fokus, weil ohne gesunde Lunge wirds echt zweifelhaft mit der Lebensqualität. In Umfragen zu unschönen Todesursachen landet das Ersticken immer auf einem der vorderen Plätze. Also tief durchatmen, die Informationen mal sacken lassen oder das Video nochmal anschauen, teilen und Dein Leben genießen. Dein Samu